Wir wollen jetzt anfangen mit den Impulsbeiträgen, die jeweils nochmal auf verschiedene Teilaspekte der Studie näher eingehen. Und dazu möchte ich Ihnen als erstes Herrn Dr. Malte Wolff vorstellen. Herr Wolff leitet seit 2011 das Future Research Center an der TNS Infratest München. Hier liegt der Fokus auf inhaltliche Studien, vor allem Bezug auf mittel- und langfristige Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien sowie die Konvergenz der Medien. Das heißt, Herr Wolff ist mehr als perfekt qualifiziert dafür, uns jetzt nochmal die Studienergebnisse vor allem in Bezug auf den Digitalisierungsgrad der Gesellschaft insgesamt vorzustellen. Herzlich Willkommen. Herzlichen Dank, Frau Bastien. Zunächst auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und herzlichen Dank für Ihre Zeit und herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit an diesem so wichtigen Thema der digitalen Transformation der Gesellschaft. Ich freue mich nun Ihnen sehr, einige ausgewählte Kernergebnisse des D21 Digital Index 2015 vorstellen zu können. Und muss mich ziemlich anstrengen, damit ich den Zahlen, die ich ja in den Raum werfen darf, heute dem Herrn Machnik da auch nicht nachstehe, weil das war ja schon ein äußerst bunter Strauß an Zahlen. In diesem Sinne, was haben wir vor? Wir gehen ganz kurz auf die Eckdaten der Methode der Studie ein, würden uns dann sehr intensiv mit den Kernergebnissen beschäftigen, werfen dann einen Blick auf zwei Schwerpunktthemen, um das Ganze dann in einem Fazit, das hoffentlich auch so ein bisschen für die Diskussion im späteren Verlauf der Veranstaltung ist, das anregend dienen kann, um dann ja am Ende des Nachmittags hoffentlich mit ein paar neuen Eindrücken in das nächste Jahr der Digitalisierung zu starten. Ziel des D21 Digital Index ist die Messung des Digitalisierungsgrads in der Bevölkerung in Deutschland. Damit stellt der Index einen wesentlichen Beitrag, und Herr Machnik hat es gerade schon ausgeführt, zur digitalen Agenda der Bundesregierung dar und begleitet die digitale Transformation der Gesellschaft durch die Initiative D21 bereits seit dem Jahr 2001. Mit über 30.000 Telefoninterviews ist der D21 Digital Index sicherlich die umfänglichste Studie in Deutschland, in der die Digitalisierung der Wohnbevölkerung ab 14 Jahren gemessen wird. Damit erfassen wir neben den Onlinern eben auch alle Offliner mit allen relevanten soziodemografischen Merkmalen. Und es ist besonders wichtig, sie eben auch um die heute noch nicht digital erfassten oder eben noch nicht digital voll erfassten Menschen in diesem Land zu kümmern. Und unser plastisches Beispiel an der Stelle für dieses Jahr, unser ältester Befragter war 99 Jahre alt. Als Messgröße für den Digitalisierungsgrad in Deutschland setzt sich der D21 Digital Index aus insgesamt vier Säulen zusammen. Das ist die Säule Zugang, das ist die Säule Nutzungsvielfalt, das ist die Säule Kompetenz und das ist die Säule Offenheit. Und hinter diesen Säulen liegen jeweils eine Vielzahl einzelner Aspekte, die dieses Thema der Digitalisierung einer Gesellschaft ausmachen. Wir sehen hier angedeutet in Blau, Violett, Orange und Grün einige wichtige Komponenten. In Summe sind es 200 einzelne Aspekte, die wir hier beleuchten. Und es zeigt, dass der Ansatz der Dynamik der digitalen Transformation zum einen Rechnung trägt und auch der Lebendigkeit, die dieses Instrument enthält, sozusagen umgesetzt wird. Und Lebendigkeit für uns heißt auch, dass wir unterjährig Workshops mit Experten durchführen, wo wir diese Aspekte diskutieren, wo wir neue Aspekte hinzunehmen, damit man immer Schritt hält mit dem, was da draußen in der digitalen Welt passiert. Kommen wir zu ersten Ergebnissen. Zunächst sehen wir eine Stagnation des Gesamtindex mit 51,6 Indexpunkten. Das ist ein minimaler Zuwachs. Das heißt, man könnte jetzt sagen, es ist nicht viel passiert. Es ist viel passiert und die Dynamik der Digitalisierung zeigt sich dann, wenn man in die Säulen schaut. Dabei steigt die Säule des Zugangs im vergangenen Jahr leicht an. Herr Machnick hat es schon erwähnt, ein Grund dafür ist sicherlich der zunehmende Breitbandausbau. Ein weiterer Grund ist aber die enorme Beliebtheit digitaler, mobiler Endgeräte wie das Smartphone oder das Tablet. Die Säule Nutzungsvielfalt sinkt, das sehen wir auch. Und auch hier haben wir diskutiert, woran kann das liegen. Und Herr Machnick hat es gerade schon erwähnt, wenn man so mal schaut, was innerhalb von zwölf Monaten an neuen Diensten, an neuen Produkten, an neuen Endgeräten auf uns einströmt, was wir alles verarbeiten müssen, so könnte eine Begründung wirklich darin liegen, dass die Bevölkerung zunehmend Probleme hat, all das Neue, was da auf einen einströmt, zu verstehen, zu begreifen und für sich zu adaptieren. Stichworte sind Streaming-Dienste, die plötzlich auf dem Markt erscheinen innerhalb von zwölf Monaten. Die Nutzungsraten von Streaming sind gigantisch. Smart-Home-Anwendungen kommen immer mehr in die eigenen vier Wände, aber auch im Bereich von Gesundheit, E-Health und Wearables. Das sind lauter so Entwicklungen, die verarbeitet werden müssen. Schauen wir uns das Ganze in den Säulen noch mal etwas detaillierter an und betrachten zunächst die Säule des Zugangs. Mit 77,6 Prozent messen wir im Jahr 2015 nur einen leichten Zuwachs an Internetnutzern in Deutschland. Die Nutzungsplaner liegen mit 2 Prozent sogar auf einem historischen Tiefpunkt. Und das ist eigentlich eine ganz wichtige Gruppe, weil es sind diejenigen Personen in der Bevölkerung, die heute das Internet und seine Dienste nicht nutzen, aber angeben, das in den nächsten zwölf Monaten zu planen. Und hier ist diese Gruppe wird immer kleiner, die, die sozusagen schon mit dem Gedanken spielen, das Internet zu nutzen. Mit 20 Prozent sogenannten überzeugten Offlinern stagniert dann die letzte Gruppe auf einem sehr hohen Niveau. Und das sind die, sagen wir mal, beständigen Nichtnutzer des Netzes. Diese Stagnation zeigt sich auch im Jahresvergleich über die letzten vier Jahre, in denen wir jeweils Nutzungszuwächse unter einem Prozent messen. In den Vorjahren hatten wir durchaus mal Jahre 2009 auf 2010 zum Beispiel mit über 4 Prozent Zuwachs. Und auch in der sozio, ich muss mich nur immer umdrehen, entschuldigen Sie, ich sehe es nicht. In der soziodemografischen Betrachtung sehen wir deutliche Unterschiede. Immer noch nutzen deutlich mehr Männer, das ist hier die blaue Linie, als Frauen das Internet. Aber man hat so das Gefühl, die ersten Zahlen zeigen, dass diese Schere zwischen den Geschlechtern sich langsam schließt. Wenn man das Ganze bei den mobilen Internetnutzern anschaut, sind die viel, viel dichter zusammen. Extrem auch der Altersgruppenvergleich. Wir sehen oben rechts in grün die Gruppe der ganz jungen 14- bis 19-Jährigen, die quasi vollständig durch das Internet in der Nutzung erfasst ist. Gleichzeitig unten in orange dargestellt, die Gruppe 70 plus. Und hier nutzt nur knapp jeder Dritte das Internet und seine Dienste. Auch das Bundesländer-Ranking ist jedes Jahr ja spannend. Und wir sehen nach wie vor, die Stadtstaaten haben die höchste Internetdurchdringung, deutlich überdurchschnittlich. Der Osten verliert ganz eindeutig gegenüber dem Westen. Spitzenreiter ist in diesem Jahr Hamburg mit 84,3 Prozent Internetnutzern in der Bevölkerung. Und Schlusslicht ist Sachsen-Anhalt mit 69 Prozent. Das ist ein Unterschied von 15,3 Punkten. Wachstumssieger in diesem Jahr ist das kleine Saarland, das um 4,5 Prozentpunkte zulegen konnte. Erstmalig haben wir auch die mobile Internetnutzung umfänglich erfasst. Und wir sehen für dieses Jahr mit 54 Prozent Nutzen immerhin doch ein großer Teil oder mehr als die Hälfte der bundesdeutschen Bevölkerung das Internet und seine Dienste eben auch mobil. Und wir sehen auch auf der rechten Seite, die mobile Internetnutzung ist die Internetnutzung der jungen Generation. 85 Prozent der 14- bis 29-Jährigen nutzt das Internet mobil. Und schon in der Altersgruppe 50 plus geht es dann ganz schön in die Knie. Wenn man hier die Gruppe der 70-plus-Jährigen anschaut, sind es nur noch 14 Prozent der Bürgerinnen und Bürger. Auch hier haben wir uns den Bundesländervergleich angeschaut. Der ist im Prinzip deckungsgleich zunächst mal. Das heißt, Westen nutzt mehr als der Osten. Was allerdings spannend ist, ist der Unterschied zwischen der Nummer 1, wiederum Hamburg mit 68,3 Prozent mobilen Internetnutzern und dem Nachzügler, in dem Fall Brandenburg, mit 39,4 Prozent Internetnutzern. Und das sind fast 30 Prozentpunkte Unterschied. Haupttreiber der mobilen Internetnutzung ist die Verbreitung und Entwicklung von Smartphone und Tablet. Wir sehen das hier eindeutig. So hat sich zum Beispiel die Tablet-Nutzung in den letzten drei Jahren verdreifacht. Das sind wahnsinnige Diffusionsraten, die an den Tag gelegt werden. Und im gleichen Zuge nimmt das klassische Handy deutlich an Bedeutung ab. Aber auch so Dinge wie der Desktop-PC werden wahrscheinlich jetzt nicht so schnell vielleicht wie das klassische Handy, aber dann doch aus den Häusern verschwinden. Beziehungsweise bei der Neueinschaffung dieser Geräte überlegt man sich dann eben eher ein Tablet oder vielleicht ein Laptop zuzulegen, aber einen klassischen Desktop, das ist nicht mehr so en vogue. Und wenn man dann noch überlegt, was mit IPTV, mit intelligenten TV-Geräten zukünftig möglich sein wird, dann ist das natürlich schon ein Shift auch in der Ausstattung der IT-Infrastruktur eines Hauses, eines privaten Hauses. Kommen wir zur nächsten Säule der Nutzungsvielfalt. Also wie intensiv und wie vielfältig sind die Leute in der Lage, Internetdienste zu nutzen. Und wir haben hier unsere Hitparade der Online-Anwendungen. Und der Klassiker seit eh und je ist natürlich das Nutzen von Suchmaschinen. 94 Prozent der Befragten gibt an, diese Dienste zu nutzen. Einen deutlicher Anstieg verzeichnen wir in diesem Jahr auf 64 Prozent Nutzer bei den sozialen Netzen. Das ist ein Zuwachs um 12 Prozent. Und es ist insofern spannend, dass wir im letzten Jahr hier einen deutlichen Rückgang der Nutzer verzeichnet hatten. Fast ungefähr gleich auf und das war sicherlich im Zuge des Datenskandals. Aber wir sehen hier auch offensichtlich, das Thema Kommunikation wurde von Herrn Machnick gerade angesprochen, ist die Halbwertszeit von diesen Botschaften nicht allzu lang. Spannend sind auch unsere Neueinsteiger, wurden gerade schon präsentiert. Streaming-Dienste in relativ kurzer Zeit bei 20 Prozent der Befragten in der Nutzung auf Smart Home und E-Health-Anwendungen werden immer verstärkter genutzt. Und ich denke, dass auch hier im Zuge zum Beispiel von Einführung von Internet-der-Dingen-Anwendungen die Diffusionsraten extrem hoch sein werden. Kommen wir zur Säule Kompetenz. Um sich selbstbestimmt in der digitalen Welt bewegen zu können, ist das Verständnis von Begriffen der digitalen Welt sicherlich ein wichtiger Indikator. Einige Begriffe der digitalen Welt sind in der realen Welt oder sind in der Gesellschaft bereits angekommen. Das sind Begrifflichkeiten wie Internetseite, soziale Netze, aber auch Begriffe wie das App. Das heißt, die Leute sagen, ja, ich weiß, was eine App ist und ich könnte sie zum Beispiel auch jemandem erklären. Andere Begriffe tun sich da deutlich schwieriger in die Welt, in den Sprachgebrauch der Menschen zu kommen. Das sind Begriffe wie zum Beispiel LTE nur noch bei 39 Prozent der Befragten präsent oder die großen Treiber unserer zukünftigen Gesellschaft und unserer zukünftigen Wirtschaft, wie zum Beispiel Internet der Dinge oder das große Thema Smart Data oder in dem Fall abgefragt Big Data ist nur noch bei 8 Prozent der Menschen präsent. Und wenn man sich ja Trenduntersuchungen anschaut, wird in den nächsten Jahren das natürlich ein Themenfeld sein, das uns zunächst mal wahrscheinlich in der Wirtschaftswelt sehr stark beschäftigt, aber dann auch in ganz, ganz kurzer Zeit auch im privatlichen Umfang. Und da ist sicherlich noch sehr viel auch Kommunikation und Aufklärungsarbeit zu leisten. Spannend ist, hier schon angesprochen und auf der rechten Seite dargestellt, einfach mal der Vergleich auch synonymer Begrifflichkeiten in deutscher und englischer Sprache. Und wir sehen, dass die deutsche Sprache da deutliche Vorteile bei der Kommunikation dieser neuen Entwicklungen hat. Dann kommen wir zur letzten Säule, der Säule, wie offen die Menschen gegenüber dem Internet und seinen Entwicklungen eingestellt sind. Und hier sind besonders spannend eben auch wieder die Unterschiede in den Altersgruppen. Wir haben hier immer mal die jüngste Altersgruppe und die älteste Altersgruppe gegenübergestellt, haben einfach mal drei Beispiele herausgegriffen. In der Studie finden Sie noch wesentlich mehr Einstellungskonstrukte. Schauen wir sie uns an. Lila dargestellt, Jüngere sehen heute deutlich mehr Vorteile in der Nutzung des Internets für sich selber als Ältere. War vielleicht zu erwarten. Aber blau dargestellt, rund ein Viertel aller Befragten nimmt sich tatsächlich vor, öfters bewusst offline zu sein. Und hier wiederum sind die Jüngeren diejenigen, die das für sich in Anspruch nehmen. Orange dargestellt, fast die Hälfte aller Befragten ist der Meinung, dass digitale Medien in alle Schulfächer integriert werden sollten. Und spannenderweise ist es vor allem in der älteren Zielgruppe das, wo zugestimmt wird. Zwischenfazit. Noch einmal zusammengefasst sozusagen. Der D21-Digitalindex misst den Digitalisierungsgrad anhand der vier vorgestellten Säulen. Und ab einem Wert von 70 Indexpunkten sprechen wir von digital erreichten Personen. Das heißt, diese Menschen gehen souverän mit dem Internet und seinen Diensten um, tun dies regelmäßig, selbstbestimmt und selbstbewusst. Das heißt, das Internet ist für diese Menschen integraler Bestandteil des privaten, aber eben auch des beruflichen Lebens. In Deutschland haben wir im Jahr 2015 36 Prozent, die diesen Digitalisierungsgrad erreicht haben. Demgegenüber stehen 46 Millionen Deutsche oder eben ein Anteil von 64 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren, die derzeit zu den digital wenig Erreichten gezählt werden müssen. Schauen wir uns noch ein paar Schwerpunktthemen an. Starten wir mit dem Thema Datenbewusstsein. Zugriff auf persönliche Daten ist für 84 Prozent der Befragten nicht in Ordnung. Herr Machnick hat das schon aufgelistet. Für uns ist das quasi so eine Art Dreisatz. Also auf der einen Seite ist es nicht okay, für mich, für 84 Prozent der Menschen, das Unternehmen, meine Daten in irgendeiner Form sammeln. Gleichzeitig ist mir das absolut bewusst, dass dieses geschieht. Andererseits, und das ist der dritte Balken, sagen 83 Prozent, sich darüber zu informieren, was die Unternehmen oder staatlichen Stellen da eigentlich mit meinen Daten vorhaben, was sie damit anstellen, was damit passiert. Darüber informiere ich mich nicht. Und wenn man dann noch einen draufsetzt und dann noch anschaut, welche, ja sag ich mal, kritischen Dienste die Menschen nutzen. Wir haben gerade schon soziale Netze bei 64 Prozent der Menschen oder auch Cloud-Dienste in der Nutzung angeschaut. Dann lässt sich die Ambivalenz oder dieses Ergebnis auch des letzten Jahres auch für dieses Jahr deutlich bestätigen. Wir haben das im letzten Jahr so ein bisschen flapsig mit WWW umschrieben, nämlich Wunsch widerspricht Wirklichkeit. Und ja, da kann sich ja jeder mal selber eingliedern. Ich glaube, jeder wird in dieser Ambivalenz im Tag täglichen gefangen sein. Und daran müssen wir arbeiten. Wie können wir daran arbeiten? Ja, das Thema verständliche Sprache, wenn Produkte, wenn Dienste angeboten werden, sollte man sich bemühen, das auch so darzustellen, dass die Leute es verstehen, dass die transparenten Prozesse, die dahinter liegen, auch dargestellt werden. Und so kann Vertrauen in der Bevölkerung und in dem Fall Vertrauen der Nutzer geschaffen werden. Das zweite Schwerpunktthema ist das Thema Arbeit. Herr Machnick hat es auch schon angerissen. Wir haben uns mal angeschaut, wie die Leute eigentlich im beruflichen Kontext Wissen über Informations- und Kommunikationstechnologie ganz grundsätzlich oder über Digitalisierung im Speziellen bekommen. Und wir sehen, dass es ein unstrukturierter und unkoordinierter Prozess ist, der häufig wahrscheinlich nach dem Prinzip Zufall funktioniert, aber vor allem eben nicht in einem strukturierten beruflichen Umfeld stattfindet. Männer wie Frauen versuchen das durch Ausprobieren, durch sich selbst Beibringen zunächst mal. Frauen geben dann noch an, vor allem Freunde und Familie zu fragen. Und erst an sechster Stelle kommt in irgendeiner Form ein strukturierter, geplanter, vom Unternehmen, von der eigenen Organisation vorgegebener Prozess, nämlich durch Schulungen durch den Arbeitgeber. Dabei ist eines absehbar. Die Gestaltung einer modernen Arbeitswelt wird vieles, wenn nicht alles verändern. Wenn die Automatisierung, wenn das Thema Internet der Dinge auch in das Arbeitsleben Einzug hält, dann wird so etwas wie die nächste industrielle Revolution stattfinden. Viele Arbeitsplätze werden sich durch die digitale Transformation verändern. Es gibt Studien, die von 50 Prozent der Arbeitsplätze in den nächsten 20 Jahren ausgehen. Und das ist den Leuten auch bewusst. 22 Prozent aller Berufstätigen nutzen heute Telearbeit, Homeoffice oder mobiles Arbeiten. Und 28 Prozent geben sogar an, dass sie sich dadurch ein Mehr an Flexibilität zwischen Arbeit und Beruf versprechen. Auch dieses Ineinanderfließen dieser beiden Themen. Man hat ja irgendwann mal von Work-Life-Balance gesprochen, was ja völlig falsch ist, sondern es geht einfach um eine Life-Balance, die zu schaffen ist. Und wenn Leute, wenn anders mit Medien umgehende Menschen sagen, ich mache das eben Samstag morgens im Kaffee, weil mir da die besten Ideen kommen, dann ist das in diesem Wettbewerb, in dem wir zukünftig stehen werden, nämlich das ist der Wettbewerb um die besten Ideen. Es geht nicht mehr um Kapital, es geht nicht mehr um Arbeit. Es geht nur noch darum, die besten Ideen auf den Markt zu bringen. Dann ist das ein probates Mittel. Und dann sieht man auch, wenn wir nach den Barrieren, die einer solchen modernen Arbeitswelt entgegenstehen, fragen, dann ist diese mangelnde Mitgestaltung, die mangelnde Partizipation eine Hauptbarriere aus Sicht der Befragten. Und das hat dann wiederum sehr viel mit dem zu tun, wie zukünftig diese besten Ideen generiert werden müssen. Abschließend, insgesamt schätzen die Befragten die digitale Transformation positiv ein. Aber mit einem ganz klaren, absteigenden Nutzen. Zunächst mal bestätigen Sie, ja, für die Wirtschaft wird es wichtig sein und da ist es auch positiv. Dann eben immer noch 57 Prozent der Befragten ist überzeugt, dass auch für die gesellschaftliche Entwicklung in diesem Lande die digitale Transformation einen positiven Beitrag hat. Nur für sich persönlich sieht es nur knapp die Hälfte. Ziel der Initiative D21 ist es, die aktive Gestaltung dieses digitalen Wandels zu begleiten, um die großen Chancen der Digitalisierung für alle Bürgerinnen und Bürger zu öffnen. Das ist wichtig, weil Digitalisierung Grundvoraussetzung für Teilhabe am gesellschaftlichen Leben der Zukunft ist, an der beruflichen Befähigung und eben auch an der Nutzung neuer Produkte und Dienste. Wir haben aber auch gesehen, noch, es ist ein extremes Entwicklungspotenzial, bis in der Bevölkerung ein verantwortungsvoller und souveräner Umgang mit der Digitalisierung erreicht ist, der Index stagniert. Ein Fünftel der Bevölkerung ist zunehmend beständig offline. Und alarmierend ist an dieser Stelle, diese digital wenig Erreichten sind immer noch weiblich, älter und niedriger gebildet. Was können wir jetzt tun, wenn wir versuchen, mehr Menschen die Teilhabe an der digitalen Welt zu ermöglichen und in die digitale Gesellschaft mitzunehmen? Einige erste Ideen, Erfolgsfaktoren. Was ganz klar ist, und es zeigt sich nicht erst seit diesem Jahr im Digitalindex, sondern auch schon in den Jahren zuvor, nur zielgruppenspezifische Angebote werden die Offliner überzeugen, das Internet und seine Dienste auch zu nutzen. Motivatoren hierbei sind, einen ganz klaren Nutzen zu adressieren, Einfachheit und Sicherheit umzusetzen und das Ganze gepaart, wir haben es gesehen, mit verständlicher Sprache, mit verständlicher Sprache, klaren Prozessen und in einer guten Kommunikation. Mobile Endgeräte sind hier nach wie vor ein sehr, sehr starker Treiber und als Hygienefaktor ist ein ausgeprägtes Datenbewusstsein in der Bevölkerung zu schärfen und zu stärken und das Ganze muss durch eine zeitgemäße Datenpolitik als Orientierungsrahmen vorgegeben werden, um eben den Umgang mit persönlichen Daten, um die informationale Selbstbestimmung des Einzelnen zu stärken. Erreicht wird dies, indem der netzpolitische Diskurs mit der Dynamik und Entwicklung des Internets hinsichtlich Souveränität und Sicherheit von Bürgern einerseits, aber eben auch von der Wirtschaft weiter Schritt hält und vor allem weiter verstärkt wird. Dankeschön. Vielen Dank für den super Überblick und sehr, sehr spannenden Einblick, auch gerade nochmal mit den Fazits am Ende. Wir nehmen uns ganz, ganz kurz Zeit, vielleicht für ein, zwei Fragen, weil es so spannend war. Ich schaue mal ins Publikum, ob eine Hand schnell hochgeht, aber ich würde an der Stelle organisatorisch gerne nochmal darauf hinweisen, ich lese den Twitter-Stream mit, um zu gucken, ob da Fragen und Anregungen kommen. Wenn Sie möchten, dass eine Frage auf jeden Fall gesehen wird, dann können Sie sie auch gerne an mich direkt adressieren. Geraldine, also Geraldine, wie mein Vorname, B, ist mein Twitter-Handle. Ich würde ganz gerne zu dem Abschließendpunkt, den Sie gesagt haben, mir ist eine Zahl nämlich selber gravierend aufgefallen in dem Bericht, und zwar der Rückgang der Internetnutzung unter Menschen, unter der Gruppe mit einem eher niedrigen Bildungsabschluss. Und das fand ich absolut schockierend, also nicht nur, dass es ein stagnierender Zuwachs ist, sondern ein Rückgang an der Zahl der Internetnutzer. Wie interpretieren Sie das, und auch gerade in Bezug auf den Hinweis, den Sie gegeben haben, um Offliner mit spezifischen Angeboten sozusagen anzuschließen, ist das der einzige Weg, oder haben wir nicht hier auch einfach ein wirtschaftliches Problem, also Einkommensprobleme, die wir adressieren müssten? Ja, also aus meiner Sicht ist das natürlich, wie so häufig, eben nicht ein singulärer Grund, sondern es ist vielfältig. Ich denke, die Menschen mit niedrigeren Bildungsniveaus waren ohnehin schon immer abgehängt, und das verstärkt sich natürlich durch den Zuwachs an Komplexität, der einfach verarbeitet werden muss. Das ist ja genau dieser Grad, der übersprungen werden muss, dass eben die Leute vermehrt eben abgehängt werden und jetzt dann irgendwann eben auch aufhören, Medien zu nutzen, weil sich die Nutzung auch verändert hat. Ja, früher war das eben noch der klassische Desktop-PC zu Hause. Heutzutage, haben Sie es angesprochen, kostet das Ganze natürlich auch ein paar Mark 50, und niedrigeres Bildungsniveau hängt immer eins zu eins auch mit natürlich deutlich niedrigerem Haushaltseinkommen zusammen. Das heißt, wenn man sich heute vorstellt, was man eigentlich im Monat dafür ausgibt, so ich sage mal nur eine IT, private IT-Infrastruktur zu haben, die up-to-date ist, also so ein Smartphone kostet 4, 5, 6, 7, 8, 100 Euro. Man braucht den entsprechenden Zugang zu mobilen Endgeräten, dann bräuchte ich das Ganze auch noch stationär zu Hause, dann will ich klassisches Fernsehen aber auch noch nutzen. Da kommt relativ viel zusammen und dadurch werden die Leute zunehmend ausgegrenzt und gehen eben dann ganz raus. Ja, das ist ein Thema, was ich auf jeden Fall gerne auch noch in Bezug auf die Diskussion später anbringen würde. Hier ging zuerst die Dame die Hand hoch, deswegen würde ich Sie, ja, ihr kurz das Mikro, ganz kurz bitte ganz kurz vorstellen, ganz kurze Frage. Ja, danke schön. Mirja Lemke mein Name und zwar arbeite ich für Public Relations AG und zwar habe ich eine Frage zur letzten Slide. Ich glaube, uns allen ist klar, dass wir sehr zielgruppenspezifisch kommunizieren oder auch unsere Angebote aufbauen müssen, aber haben Sie, ich sage mal, ein Beispiel, was uns alle ein bisschen erleuchten würde, spontan? Also es gibt ein Beispiel, aber ich traue es mich gar nicht mehr zu sagen, weil es schon so oft genannt wurde, aber ein schönes Beispiel nach wie vor ist diese, im Saarland dieses Projekt mit Kaffeekuchen Internet, wo älteren Personen, also es gibt ja noch viel härtere Zahlen, also jede zweite Frau ab 50 in Deutschland nutzt das Internet nicht. Und da wurden eben ältere Damen, also dann kann man sich ja vorstellen, wenn man dann nicht mehr ab 50, sondern in der Altersgruppe 70 plus ist, da bewegen wir uns dann quasi in einer internetfreien Zone. Und diese Leute davon zu überzeugen, warum es wichtig und spannend sein kann, das Internet zu nutzen, läuft da nach dem Prinzip, ob es genau so funktioniert, weiß ich nicht genau, ab, dass man sagt, okay, wo ging denn die Hochzeitsreise hin? Jetzt können wir uns das mal im, dann setzt man sich da hin, kann man sich das anschauen. Plötzlich wird mit dem Medium, das einem sehr weit fern ist, plötzlich ein aktiver Nutzen verbunden und plötzlich fangen die Leute an, oh ja, dann will ich aber mal sehen, wie es da aussieht. Und so kann so ein Prozess ganz konkret begonnen werden. Und das funktioniert, glaube ich, relativ gut. Dankeschön. Nur wenn Sie mir versprechen, noch genauso knapp wie die Frage eben. Hochpräzise. Die Frage bezieht sich auf die 20 Prozent. Sie haben Offliner, man könnte auch Hardliner sagen, die das ablehnen. Da stellt sich die Frage, was kann man da tun oder erledigt das die Demografie irgendwann? Dankeschön. In der Tat sind diese 20 Prozent älter, weiblich, niedriger gebildet mit einem geringeren Haushaltseinkommen. Leider, oder in Anführungszeichen, zeigt uns die Demografie auch, dass wir hier eben über eine Altersgruppe 65 plus oder 70 reden. Meine Eltern sind auch 70 und ich hoffe, dass sie noch 15, 20 Jahre unter uns weilen. Und es wäre für mich ein großes Drama, diesen Teil der Bevölkerung über einen so langen Zeitraum nicht mit zu integrieren. Es hat auch wirtschaftlich natürlich extreme Auswirkungen. Denken Sie in den Bereich E-Government, wo man einfach alle Systeme, ja wir reden über 20 Millionen Bundesbürgerinnen und Bundesbürger, und alle Systeme müssen parallel vorgehalten werden. Wenn die nicht digital erreicht sind, dann muss ich halt die Steuererklärung immer auf 20 Jahre noch auch analog vorgeben. Und insofern, ja, müssen wir da wirklich kreativ daran arbeiten, wie man, glaube ich, mit kleinen Ideen anfängt, so wie dieses Kaffeekuchen-Internet-Thema, wo man mal diesen Nukleus, diesen Ping setzt und dann didaktisch weiterarbeitet, die Leute von weiteren Vorteilen zu überzeugen. Aber das Ganze natürlich muss einfacher werden. Wir müssen Ängste nehmen, das haben wir heute gar nicht im Vortrag angesprochen. Viele in dieser Zielgruppe haben natürlich auch die Datendiskussion mitgekriegt, sind natürlich noch mehr verängstigt. Übrigens auch noch ein Grund, warum es zurückgegangen sein kann und sagen, oh, dann lasse ich lieber gleich zweimal die Finger davon und da müssen wir dran arbeiten. Auf jeden Fall. Und das Wie, das können wir vielleicht später in der Diskussion noch stärker beleuchten. Einen Applaus nochmal. Vielen Dank an Sie, Herr Wolf. Vielen Dank.